es geht mit ihr wir verkaufen das radium ja soll er doch fernsehen gucken in der zeit wo ist der fernseher geblieben kann man ein fernseher ins inventar packen was ist das oberstufendiplom sind von mögel graben oder worte das her gut ich meine wir hätten fernseher gekauft ihn also haben wir auch aber wo ist er abgeblieben sehr komisch immer noch nicht fertig mit hausaufgaben 98 ach es geht nicht weiter weil wir auf pause gestellt haben also was kannst du dich noch mehr stressen was ist das launen haben nach hausaufgaben mein gott ich schlage gleich ins der platziert eine falle anstatt hausaufgaben zu machen wie kann man die kann man die wieder weg machen die blöde volle soll es jetzt hausaufgaben machen du machst jetzt ja was sonst her gelaufen da unten ist irgendwas her gelaufen hier ach das ist das pferd was so was so schnell ist ups so dachte schon da wäre eine ratte her gelaufen aber das pferd ist ein bisschen schneller oder halt eben brutus lebensmittel das ist gar nicht das pferd was bist du denn das ist aber ganz schön schnell ne ist das pferd bekloppt wo will es hin das pferd scheinlich läuft es jetzt wieder zurück ne nein ja doch natürlich und jetzt dreht es gleich wieder um äh hallo das geht aber mal gar nicht ne kannst du ja nicht einfach so in den garten pissen wenn du nicht ähm artgerecht behandelt wirst ne wenn du einfach so im garten rumstehen musst darfst du auch nicht reinpissen ne musst warten bis die blase platzt ne dann ist in ordnung siegfaust jetzt klingelt gerade das telefon im hintergrund ich hoffe mal dass man das jetzt nicht hört ja machen wir mal weiter und lassen uns mal nicht beirren gut ja 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 geht man in die schule durchschnittlich rumgammeln machen wir mal das sonst äh wird er ja gar nicht mehr klar kommt er ja gar nicht mehr klar mit seinem leben hier du bist so hässlich ich bin nur gerade mal ganz nah von äh vor dem bildschirm gegangen das management in voll cool corporate towers ist sehr von dir beeindruckt du hast fleißig gearbeitet und warst sehr gelehrig das schätzt man an einem guten arbeitnehmer zur belohnung gibts ein wenig geld und bessere schulnoten höre ich gerne ach hier hinten ist ja auch schloss neuschwanstein eigentlich ist hier eine richtig geile aussicht überall hier hinten guckt man guckt man aufs meer und hier guckt man in die berge also hier guckt man in die berge hier hinten ist sogar noch eine schlucht hier hat man dann das schloss sieht zwar ein bisschen ein bisschen komisch aus also da muss ich auch mal jemand einziehen lassen so ein gaylord oder so irgend so ein lord muss da auf jeden fall rein kann man sich übrigens runterladen das schloss und das sieht natürlich auch sehr sehr cool aus hier aber ich finde die wasserreflexion finde ich schon sehr cool wenn ich jetzt mal die weichen kanten eingestellt hätte dann sieht es noch besser aus aber es sieht schon sehr real aus ja soviel dazu dann betrachte das mal also im gegensatz zu den ja da ist wieder das blöde Pferd setze ich mal hier drauf im gegensatz zu den ganzen anderen folgenden sims die ich sonst immer mache habe ich mir für diesmal überhaupt kein egal das ist wenigstens die blöde Scherz weiter weg jetzt schämt er sich für 57 Minuten um nochmal darauf zurück zu kommen was ich sagen wollte im gegensatz zu allen anderen sims folgen die ich mache habe ich mir für diese folge überhaupt kein Ziel gesetzt ähm sonst habe ich hier immer ganz viele Ziele gut das eine Ziel war den Namen zu ändern ja es geht dann machen wir das doch mal oder vielleicht ging das geht das erst jetzt weil es schon etwas später ist also nach der Erstellung vielleicht geht das erst einen Tag später oder wie auch immer ich weiß es nicht die anderen können sehen was sie machen wir gehen jetzt erstmal mit dem Opa den Namen ändern in Schweinowski und das machen wir jetzt mit allen anderen so also mit allen anderen auch so so dass alle im laufe der Zeit den Namen Schweinowski haben Vorname kann man auch den Nachnamen eingeben ja Schweinowski das war ja mal relativ schmerzlos ich glaube wir gehen mal in den Park ich liebe das wie sich das so nacheinander aufbaut das war auch ziemlich viel Arbeit ach hier unten ist ja ein Keller stimmt hier wollte ich ja mal irgendwann mal irgendwas hinbauen hab's aber immer vergessen schade er muss nicht aufs auf die Toilette aber er ist so ein Anglertalent oder nochmal schneller hier schneller 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 Raimund Schweinowski hat sich zu einem Ausflug in die Natur entschlossen und ist in den Park gegangen der Geruch von frischem Gas der Geruch der Geruch von frischem Gas das Rascheln der Bäume werden ihm noch eine Weile näher in Erinnerung bleiben vielleicht könnte ich ja auch diese Sachen auf meinem Facebook-Profil das ich auch demnächst erstellen werde für German Gaming Engine da das dann auch posten going glcı geruch raus ins gl も w her mich Vielen Dank.